Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil, komm aus Ägypten, das liegt direkt an mir. Zuerst nack ich in einem Ei, dann schnie, schna, schnapp, leg mich frei. Schnie, schna, schnappi, 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 schnappi. Nen du, was ist das denn? Ein Krokodil? Ein Schwein? Jetzt guck ich mich das so komisch an. Guckst du mich so komisch an? Lecker, lecker, lecker. Das schnapp ich, glaub. Das schnapp ich nicht. Lauf lieber mal weg. Komm, nicht weglaufen, nicht weglaufen. Ich krieg dich, ich krieg dich. Scheiße. Lauf doch nicht weg, ich krieg dich. Ich glaub, das will ich mir fressen. Komm, ich will dich essen. Das will ich mir fressen. Das schnapp ich nicht weglaufen. Das schnapp ich nicht weglaufen. Das will ich mir fressen. Siehst du lecker aus. Mensch, jetzt hab ich dich. Nein, ich bin nur Wurst. Oh, das war lecker. Wollt ihr auch nur Wurst? Voll lecker. Schweineleben.